In diesem Video sehen wir uns heute die Multiplikation von natürlichen Zahlen an. Bevor wir loslegen, sehen wir uns die Fachausdrücke der Multiplikation an. Wir haben hier die Multiplikation 5 mal 7 ist 35. Die Zahl an der ersten Stelle, 5, ist bei dieser Multiplikation der erste Faktor. Danach folgt das Multiplikationszeichen und der zweite Faktor, in dem Fall 7. Hätte eine Multiplikation mehr als zwei Faktoren, wird hier natürlich fortlaufend weiter benannt, also dritter Faktor, vierter Faktor, fünfter Faktor, sechster Faktor und so weiter. In diesem Fall haben wir allerdings nach dem zweiten Faktor das Gleichheitszeichen und zu guter Letzt das Ergebnis einer Multiplikation das Produkt, in diesem Fall 35. Die Grundlage des Multiplizieren ist das 1 mal 1. Übe also regelmäßig das 1 mal 1, damit du beim Multiplizieren später keine Probleme hast. Das Vertauschungsgesetz oder Kommutativgesetz kennst du bereits von der Addition. Es gilt auch bei der Multiplikation, das bedeutet, du darfst die Faktoren beliebig vertauschen, da 7 mal 5 das gleiche ist wie 5 mal 7. Das Verbindungsgesetz oder Assoziativgesetz gilt auch bei der Multiplikation, das bedeutet, dass du Faktoren zu Teilprodukten zusammenfassen darfst. Dies kennzeichnest du, wie auch schon bei der Addition, mit einer Klammer. Zum Einstieg starten wir mit einer Multiplikation, bei denen nur einer der beiden Faktoren mehrstellig ist, in diesem Fall 437 mal 4. Wenn nur einer der Faktoren mehrstellig ist, hast du nun die Möglichkeit, das Ganze entweder gleich in der Zeile zu berechnen oder die Aufgabe gleich als Multiplikation mit Strich unter der Angabe anzuschreiben. Wir starten hier nun auf der linken Seite mit 437 mal 4. Beim Multiplizieren starten wir mit dem 1, also 4 mal 7. 4 mal 7 ist 28, 8 an und 2 weiter. 4 mal 3 ist 14, 4 an und 1 weiter. 4 mal 4 sind 16 und 1 sind 17, also 17. Unser Ergebnis lautet 1748. Jetzt zeige ich dir auch noch die zweite Variante, indem wir hier nach unten multiplizieren. 4 mal 7 ist 28, 8 an und 2 weiter. 4 mal 3 sind 12 plus 2 sind 14, 4 an und 1 weiter und 4 mal 4 sind 16 plus 1 sind 17. Du erhältst wieder das gleiche Ergebnis. Und wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, ohne das 1 mal 1 würden wir hier nicht mehr weit kommen. Als nächstes sehen wir uns an, wie wir multiplizieren, wenn beide Faktoren mehrstellig sind. Wir starten mit der ersten Zahl des zweiten Faktors, also 3 mal 7 ist 21, 1 an, 2 weiter, 3 mal 2 sind 6 und 2 sind 8. Nun müssen wir eine Stelle weiter rutschen. Ich kennzeichne das gerne mit einem Punkt mit einem Punkt und unter diesem Punkt schreiben wir nun das nächste Ergebnis an. 8 mal 7 ist 56, 6 an, 5 weiter, 8 mal 2 ist 16 und 5 sind 21. Nun müssen wir diese beiden Produkte noch addieren. 6, darüber steht nichts, also 6 und 0 ist 6, 1 und 1 sind 2, 2, 2 und 8 sind 10 und wir erhalten als Ergebnis 1026. Beim Multiplizieren mit 10er Zahlen, also 10, 100, 1000 usw. gibt es einen kleinen Trick, den ich dir jetzt verraten möchte. Ich starte bei der linken Aufgabe 37 mal 10 und multipliziere diese ganz herkömmlich. 1 mal 7 ist 7, 1 mal 3 ist 3. Wir müssen eine Stelle nach außen rutschen. 0 mal 7 ist 0, 0 mal 3 ist 0. Wir addieren diese beiden Ergebnisse. 0 und 0 ist 0, 0 und 7 ist 7 und 0 und 3 sind 3. Ich erhalte 370. 37 mal 100 funktioniert nach dem gleichen Schema. 1 mal 7 ist 7, 1 mal 3 ist 3. Wir rutschen eine Stelle nach außen. 0 mal 7 ist 0, 0 mal 3 ist 0. Wir müssen wieder eine Stelle nach außen rutschen. Und zum zweiten Mal 0 mal 7 ist 0, 0 mal 3 ist 0. Strich darunter und wir erhalten 0, 0, 7, 3, also 3700. Bevor wir uns nun aber 37 mal 1000 ansehen, ist dir wahrscheinlich schon etwas aufgefallen. Und zwar 10 hat eine 0. An unser Ergebnis wird nun also einfach diese eine 0 angehängt. Das gleiche siehst du mal 100. 2 mal 0, 2 mal 0 wird angehängt. Und wenn wir uns das Ganze nun also zunutze machen, müssen wir in Zukunft nicht mehr ausmultiplizieren, sondern sehen genau 37 mal 10, 1 mal 0, also haben wir 370. 37 mal 100, 100 hat 2 Nullen, also haben wir 3700. 37 mal 1000, 1000 hat 3 Nullen, also haben wir 37.000. Diesen Merktext schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft und die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du entweder in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog mathematik.rocks. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde.